Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die drei besten Inhalatoren. Damit ihr das richtige Modell für euch und eure Ansprüche finden könnt, möchten wir euch heute drei verschiedene Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Inhalatoren mit ihren wichtigsten Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen und am Ende so die richtige Kaufentscheidung für euch treffen zu können. Alle drei Modelle sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr euch nach dem Video noch genauer zu einem der Inhalatoren informieren oder eines der Modelle direkt bestellen wollt, könnt ihr das über die Links direkt tun. Lasst uns nun aber auch gleich mit dem eigentlichen Video und schon dem ersten Inhalator aus der Einsteigerklasse beginnen. Vorstellen möchten wir euch hier den beliebten FeeLife Inhalator. Dieses Modell ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet und kann sogar schon von Babys verwendet werden. Der moderne Mikrofernebler des Inhalators erzeugt dabei Partikelgrößen von 1 bis 5 Mikrometern, welche für eine besonders effektive Behandlung von Lungenerkrankungen geeignet sind. Dabei kann man die Intensität der Vernebelung aber auch über die Plus- und Minusknöpfe an der Vorderseite regulieren. Durch das kompakte und leichte Design dieses Handgerätes ist der Inhalator wunderbar auch für unterwegs geeignet, denn er passt in jede Hosentasche. So ist eine Inhalation jederzeit und überall möglich, ideal also auch fürs Reisen. Durch das umfangreiche Zubehör inklusive Gesichtsmaske für Kinder und Erwachsene sowie Mundstücke ist das Gerät wie gesagt für alle Altersklassen geeignet. Verwenden kann man den elektrischen Inhalator durch den integrierten Akku. Das Modell reicht dabei für viele, viele Inhalationsstöße. Wenn man ihn wieder aufladen möchte, kann man ihn einfach an dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel anschließen. Beim Feel-Life-Inhalationsgerät für Kinder, Erwachsene und auch Babys handelt es sich um ein ziemlich simples, aber effektives Modell, welches all das dabei hat, was man quasi so von einem Inhalator erwartet. Wenn ihr euch nur noch weiter zum Modell informieren oder dieses Einsteigergerät direkt bestellen wollt, könnt ihr das nun über den ersten Link in der Beschreibung tun. Bleibt aber auch unbedingt noch dran, denn zwei weitere Modelle von zwei weiteren Herstellern und auch Preisklassen möchten wir euch ja noch vorstellen. Als nächstes das beliebteste Modell der Mittelklasse und auch gleichzeitig der Bestseller im Vergleich. Es handelt sich um den IH55 von Beura. Dieser Meshware-Nebler mit Schwingbrahm-Technologie sorgt für eine äußerst starke Zerstäubung, welche Partikel bis 6 Mikrometer erzeugen kann. Das Gerät ermöglicht eine kurze und effektive Inhalationszeit. Bis zu 250 Milliliter die Minute können hier inhaliert werden. Das Gerät ist dadurch auch besonders gut für Kinder und auch schwer kranke Menschen geeignet. Das Medikament wird beim Beura-Inhalator durch eine Membran zerstäubt, wodurch keine heiße Inhalation nötig ist. Der Lieferumfang überzeugt ihr ebenfalls durch viele Teile, wie beispielsweise zwei verschiedene Masken und auch zwei verschiedene Aufsätze. Hohe Vernebelungsleistung und kurze Inhalationszeit, das bietet vor allem der Beura IH55. Das Modell wird außerdem noch mit einer praktischen Aufbewahrungs- und Transportbox geliefert und statt mit einem Akku mit vier AA-Batterien betrieben, wodurch dieses lästige Aufladen wegfällt. Durch die Batterien kann der Inhalator viele, viele Inhalationsstöße durchhalten, bis man eben die Batterien wieder wechseln muss. Wenn der IH55 von Beura nun genau das Richtige für euch und eure Ansprüche zu sein scheint, könnt ihr euch über den zweiten Link in der Videobeschreibung nur noch weiter zum Modell informieren oder diesen Bestseller auch direkt bestellen. Oder ihr bleibt auch noch kurz dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch noch das Premium-Modell aus dem Vergleich vorstellen. Es handelt sich um den OMRON Micro Air U100. Dieser elektrische Inhalator ist perfekt für zu Hause oder auch unterwegs geeignet. Er ermöglicht eine starke Zerstäubung bis 4,5 Mikrometer. Dabei arbeitet auch das OMRON-Modell mit einer einzigartigen Membrantechnologie, die vor allem auch einen geräuschlosen und sehr leicht zu inhalierenden Aerosolnebel erzeugt. Das sorgt einfach für noch mehr Effizienz und Komfort in der alltäglichen Benutzung. Das Modell hält ein Fassungsvermögen von 10ml und ist mit einer Vielzahl von Medikamenten kompatibel, einschließlich auch Antibiotika und Kochsalzlösungen. Und auch beim U100 von OMRON handelt es sich nicht nur um einen klassischen Inhalator. Das Modell kommt auch mit einem ganzen Zubehörset inklusive Geräte- und Vernebler-Membranabdeckung, Medikamentenbehälter, Mundstück, Maskenadapter, eine Erwachsene und eine Kindermaske. Zudem sind gleich auch Batterien im Lieferumfang dabei, mit denen das Modell betrieben wird und die praktische Aufbewahrung und Transporttasche sorgt dafür, dass man das Gerät immer sicher verstauen kann und dann schnell zur Hand hat. Dafür kann dieses kompakte und sehr leichte Gerät aber auch natürlich in einer Hosen- oder ganz normalen Arbeitstasche transportiert werden und damit überall mit hingenommen werden. Dank der Membrantechnologie ist der Inhalator in der Benutzung auch recht geräuschlos und produziert dadurch, wie gesagt, einen sehr, sehr leicht zu inhalierenden Aerosolnebel. Das 360-Grad-Design des Inhalators macht das Modell vor allem auch besonders komfortabel für Kleinkinder, da er ja praktisch von jeder Position aus verwendet werden kann. Auch in Notfällen ist dieses Modell dadurch viel praktischer, da man ihn einfach nur greifen muss und loslegen kann. Alles weitere zum Omron U100 nun über den dritten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles weitere zum Modell erfahren und diesen Premium-Inhalator auch direkt zu euch nach Hause bestellen.